Herzlich Willkommen, Siegel Merfeo! Wir haben auch einen Papst! Gut aus Polen! Ja! Und das sind diese Gesten, die kann man ja nicht lernen. Weißt du, das ist ja das große Akzept. Mach es bitte noch mal. Wir haben einen Papst! Wir haben einen Papst! Bist du leidenschaftlich? Ich ja. Bist du auch jetzt auch nicht irgendwie oder so? Kannst du schreien? Ich muss schreien? Ich bitte Sie, aber da gibt es eine Verzögerung in Bezug auf die Räumlichkeiten. Nein, viele sind sicher. Hören Sie, ich bin noch nicht drauf, also bitte! Ja, wie Sie wollen! Dann tun Sie das noch! Jetzt ist es noch etwas zu Neist, also eine Verzögerung! Und wer ist da noch eine Verzögerung? Wird ich es nicht auf die Momente! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020